Wir haben heute in League of Legends eine ganz tolle Kombo ausprobiert. Und mit toll meine ich natürlich schlimm. Schaut's euch selbst an. Viel Spaß! Man, Shaco, du Scheißknecht, Alter. Oh no! Junge, Alter. Was ist denn das? Oh. Ich werde kaum Leben verloren, Alter. Was ist denn? Ja, wir gucken dir das an, Alter. Äh, das macht mir. Why are you bullying me? Du kannst mir einfach Full-Edge spielen, oder? Udi, Udi, Udi! Hm. Mm. Ja, schönes Ding. Habe ich erhöht, noch? Wichtig. Richtig und richtig. Oh, Shaco. Oh, da geht's, da geht's Komm her Kamil, oder? Das ist ein bisschen stärker And another one viel habe ich gemacht was musste ich habe jetzt auch oh ich habe keinen Mahler man hat zwei Abilities machen dann warst du ja das ich habe nicht mal mehr Outer Attack, Digga Weißer Typ Aha Was denkt er sich denn dabei Was denkt er sich So blöd Alter Oh Malon Alter Ich kann mich nicht mal bewegen Ich will komplett da kommen Oh Oh das ist great Ich Einmal in meinem Leben Digga Junge was ist das denn Hallo 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 Ich habe wieder Ich habe DMF aus dem Leben gelöscht Das haben wir gesehen Ich habe DMF einfach gewollt Das war das Ich habe gar nichts gerafft in dem Moment Wait Horizon Focus Danke Danke Marlon Das vorbereiten Ich habe Habe noch mal Ich habe mich nicht mit alter Was dann auf damit wir haben die soul richtig und richtig einfach nicht sterben das ist einfacher gesagt als getan man egal was ist denn das hat mich doch nie in dem geteilt was sollen wir denn tun gegen den mann jetzt auch noch also ich weiß es nicht man hat sich jetzt auch gekauft meine ult war schon wild oder ich habe kein marmer mehr ich bin ich bin das kommt den habt ihr oder wer ist er denn da kommt der er geht alle wenn der den stil man einfach killen ich bin weg let's go we Ich hab Barron und Elder geholt, Junge. Äh, Elder, Ergith. Aua, Marlon. Ja ich wurde schon wieder one-shotted. Ich one-shot jetzt Dima, los. Und? Ponda, Ponda. Das ist fetter, nehmen wir 20 Sekunden. Vielleicht... Lass mal, mach mal, lass lass mal. 5...4... Sind wir noch älter? Das war ein Tag, by the way. Haha, Junge, das ist dumm. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020